Für mehr Lebensqualität, Villa Casa, euer Vermachte von Wohnegeton mit Namen Markus Gerber. Zweiehalbzimmerwohnung im Zentrum von Spiez, ganz genau gesagt im Terminus, wo Mikro, Tänner, Bäckerei, Apotheke usw. ist. Für das Einkaufen müssen wir nochmal zum Haus aus. Der Bahnhof ist auch nebendran und somit seitdem nicht auf einem Auto angewiesen. Die Wohnung ist sehr gross. Die Wäsche und Tömpfer sind bereits im Bad einbauen und nebst dem Keller geht auch noch ein Bastelraum. Alles in Ordnung stehen euch 16,90 m² Nutzfläche zur Verfügung. Ihr habt Fragen oder Wünsche der Besichtigung? Für eure Lebensqualität stehen wir sehr gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Gerber. Ich lese automatisch bemerkt das Erwin Lungen stand übt. Ich stehe auf die автомобilie für die Ereigni und leitere St 함. Ich würde egal,, dass auf die Ebene festgestellt wurde. Ich würde gerne schütt mich klar. Ich würde möchte, dass Loser bendertig an, der Ereigni, dass ihr die nach Ebene festhalten ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.